Es ist doch so dumm, da fällt dir das Handy aus dem fünften Stock und es passiert nichts. Und dann fliegt es auf den Teppich und es hat einen Totalschaden. Aber warum? Wieso? Es halt nicht. Kurz gesagt, weil es eigentlich schon kaputt ist, bevor ihr es überhaupt nicht seht. Glas steht unter großer Spannung. Das gilt vor allem für Smartphones mit abgerundeten Display-Rändern. Und jedes Mal, wenn euch euer Handy runterfällt... Das ist meine Scheiße. So war das nicht geplant. Puh, es ist noch heilig. Und jedes Mal, wenn euch euer Smartphone runterfällt, nimmt dieses Glas ein bisschen Schaden und die Spannung wird größer. Wer jetzt schon ganz oft dieses... Puh, es ist noch heilig. Pate, bei dem steht das Glas jetzt schon unter extremer Spannung. Und da kann es eben passieren, dass schon ein Sturz auf einem Teppich ausreicht, dass das Glas bricht.